Hey Fans und Trainer da draußen, hier ist Finn und willkommen zu einem neuen Gira Frag Mich Video. Ich habe den zweiten DLC für Schwert und Schild angespielt und hier ist mein Review zu die Schneelande der Krone. Los geht's! Die Schneelande der Krone können in Pokémon Schwert und Schild erkundet werden und damit ist die Galar Region wohl erstmal vollständig. Seit 23.10. ist der zweite DLC draußen und ich habe natürlich sofort die Switch angefeuert um die neue Welt zu erforschen. Daher habe ich hier einmal ein komplettes Review für euch zusammengestellt. Achtung, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann ist es wohl besser jetzt eine andere Folge von Gira Frag Mich anzusehen. Ich will euch ja nicht die Überraschung verderben. Die Region. Die Schneelande der Krone ergänzen die Galar Karte um ein großes Stück südlich des Schlummerwalls. Dieser Teil von Galar basiert auf Schottland und macht damit die Inspiration zu Großbritannien offensichtlich. Dreht man nun die ganze Karte einmal im 180 Grad ist offensichtlich, dass die Kronenlande den nördlichsten Teil der britischen Inseln darstellen. Ich bin ja ein riesen Fan von Schnee und Eis und muss sagen, dass die Schneelande auf jeden Fall das schönste Setting sind, das Game Freak je geschaffen hat. Die Atmosphäre ist einfach atemberaubend, die vielen Eis Pokémon, die überall zu finden sind, fügen sich völlig natürlich in die Landschaft ein. Die Open World Gestaltung ist genau wie auf der Rüstungsinsel wieder sehr gelungen und ich hatte das Gefühl die Gegend wirklich erkunden zu können. Besonders die Höhlen sind so verzweigt, dass man häufig mal die Orientierung verliert. Ich vergebe 10 von 10 Gira Punkten für die Region. Die Pokémon. Viele bekannte Pokémon sind zum Kronenpokedex hinzugefügt worden und einige meiner absoluten Favorites wie Amagargar und Monagoras passen einfach so fantastisch in die Gegend. Es ist auch das erste Mal, dass wir Fossilien in der Wildnis fangen können, ohne sie in einem Labor wiederbeleben zu müssen. Das trägt natürlich toll zu dem Forscheraspekt der Kronenschneelande bei. Nun zu den neuen Pokémon. Galar Lashuking ist ja wie schon Galar Lamus ein Gift Psycho Pokémon und ein Hexenmeister. Im Gegensatz zum Joto Lashuking hat es etwas mehr Spezialangriff und dafür etwas weniger Angriff. Seine Signaturfähigkeit Kuriose Medizin setzt alle Statusveränderungen von Partner Pokémon zurück. Ich glaube Galar Lashuking wird in Turnierkämpfen eher wenig Anwendung finden. An sich aber eine interessante Regionalform bekommen und mich wundert eigentlich nur, warum Lashuking nur im Rüstungsinsel-Pokedex ist, nicht aber im Kronenpokedex. Die neuen Regionalformen der legendären Vögel sind für mich das Highlight des DLCs überhaupt. Alle drei haben natürlich Nostalgiefaktor, aber die neuen Designs heben sie auf die nächste Stufe. Sie haben eindeutige Persönlichkeiten bekommen und sind super interessant. Auch die drei Spezialattacken, die den Typ der Kanto-Vögel widerspiegeln, sind total gelungen. Alle drei haben eine Umstrukturierung der Basiswerte erhalten. Arctos ist jetzt der stärkste spezielle Angreifer der drei, Zapdos ist jetzt physisch ausgelegt und Lavados wird jetzt speziell defensiv gespielt. Für Arctos und besonders für Zapdos sieht es nach einer rosigen Zukunft in Turnieren aus. Beide sind exzellente Pokémon. Lavados ist gegenüber seiner Kanto-Form leider schwächer geworden und hat mit Gryphildes und besonders Yveltal große Konkurrenz als Unlicht- und Flugtyp. Die Vögel durch ganz Galar zu jagen war für mich der beste Moment des DLCs und ich finde hier hat sich Game Freak wirklich übertroffen. Die zwei neuen Regis, Regi Ileki und Regi Drago machen aus den legendären Golems ein Quintett. Ihre Statuswerte wurden in Initiative und KP respektive aufgeteilt. Regi Ileki ist mit 200 Punkten damit das schnellste Pokémon von allen und löst die Initiative-Form von Deoxys ab. Außerdem kann es mit seiner Fähigkeit Transistor jedem Gegner, der keine Immunität gegen Elektro hat, extrem großen Schaden zufügen. Definitiv der Gewinner unter den Regis. Regi Drago dagegen sieht leider etwas durchschnittlich aus. Das neue legendäre Cover-Pokémon Koronospa ist im Prinzip sehr ähnlich wie Celebi. Interessant wird es erst, wenn es sich mit einem seiner beiden Reit-Pokémon zusammenschließt. Phantoros und Polaros sind die zwei neuen Hengst-Pokémon, die vor Veröffentlichung des DLCs noch geheim waren. Phantoros ist Gengar 2.0, ein extrem schnelles und starkes Geist-Pokémon. Sein Gegenpart, Polaros, ist ein physisch sehr gut ausgelegtes Eis-Pokémon. Mithilfe von speziellen Zügeln kann sich Koronospa mit jeweils einem von diesen beiden Rössern verbinden. Es reitet buchstäblich auf ihn und wird dann Rappenreiter-Koronospa bzw. Schimmelreiter-Koronospa genannt. Beide Formen haben haushohe Statuswerte und beide haben jeweils zwei Fähigkeiten gleichzeitig. Daher werden sie sicher in den meisten Formaten gebannt sein. So stark sind sie. Als ich hörte, dass es ein neues legendäres Eis-Pokémon geben wird, war ich natürlich extrem gespannt, schließlich ist es mein Lieblingstyp. Obwohl ich beide Rösser sehr schön finde, fehlt mir doch bei beiden irgendwas. Ich finde, dass sie irgendwie unfertig aussehen. Das mag Absicht sein, damit es mit Koronospa zusammen nicht zu überladen wirkt, aber trotzdem sind die beiden als eigenständige Pokémon ziemlich underwhelming. Auch der Gedanke, dass ein Pokémon auf einem anderen reitet und damit mit ihm verbunden ist, will bei mir nicht so recht landen. Ich erinnere mich, dass es mir mit Kyurem und Nekrosma ähnlich ging, also vielleicht ist es nur Gewöhnungssache. Mir gefällt gut, dass die legendären Pokémon wieder ein bisschen mehr Story im Spiel erhalten und die Schauplätze der Encounter sind allesamt total beeindruckend. Insgesamt erhalten die 9 Pokémon von mir 8 von 10 Gira Punkten. Die Charaktere. Peony ist uns schon seit geraumer Zeit als der Hauptcharakter der Schneelande bekannt und ich muss sagen, dass mir seine quirlige und etwas exzentrische Art total gut gefällt. Auch die Dynamik mit seiner Tochter Mila ist stellenweise ziemlich witzig und wurde gut umgesetzt. Das Abenteuer, auf das Peony den Spieler schickt, ist gut durchdacht und lässt dem Spieler alle Freiräume die Schneelande zu erkunden. Leider sind diese beiden schon alle neuen wichtigen Charaktere in den Kronenschneelanden. Der Bürgermeister von Freestyle ist leider nur sehr oberflächlich in die Story eingebunden und der Umstand, dass sein Haus allen anderen im Ort aufs Haar gleicht, macht ihn auch nicht einprägsamer. Kuro Nospa könnte man auch als Charakter bezeichnen, da es mit Hilfe von Mentalkraft durch Peony mit dem Spieler kommunizieren kann und dadurch die Story voranbringt. Das war mal ein toller Ansatz für ein legendäres Pokémon und ich wünsche mir in Zukunft mehr davon. Ich vergebe 7 von 10 Gira Punkten für die neuen Charaktere. Die Dynamax Abenteuer. Dynamax Abenteuer ist die neue Art, Dynar Raids in den Kronenschneelanden durchzuführen und so auf legendäre Raidbosse zu treffen. Das System ist kurz erklärt und macht Spaß, da die Leih-Pokémon mit denen man zu den Raids antreten muss und die verschiedenen Wege durch das Nest es abwechslungsreich machen. Auch dass man mit beiden Versionen alle bisher dagewesenen legendären Pokémon fangen kann, ist ein echtes Feature. So können auch neue Spieler ihre Living Decks füllen, ohne ältere Spiele spielen zu müssen. Natürlich zerstört es ein bisschen die Story, denn warum sollte Kyoga, Solgaleo oder Xerneas plötzlich in Galar auftauchen. Aber egal. Die Chance auf ein Shiny zu treffen war auch noch nie so hoch. 1 zu 100 ist die Chance während eines Dynamax Abenteuers auf ein Shiny zu treffen. Vorausgesetzt man besitzt den Schiller Pin. Das lockt natürlich. Insgesamt erhält also das Dynamax Abenteuer 9 von 10 Gira Punkten von mir. Das Galar Star Turnier. Nachdem man die Story in den Schneelanden abgeschlossen hat, wartet nur noch das Galar Star Turnier auf einen. Dort kann man mit den Charakteren aus ganz Galar Multikämpfe in Teams bestreiten, um Kohle und nette Items einzustreichen. Die Idee dahinter ist ganz nett und die Kämpfe sind in Galar immer eine Augenweide. Die Atmosphäre stimmt einfach. Leider ist das Turnier auch schon alles, was man in Scorcity Neues erleben kann. Und als die Credits durchliefen, wunderte ich mich schon ein bisschen, dass es schon vorbei war. Man hätte den Spieler nochmal durch ganz Galar schicken können, um Einladungen zu verteilen oder ähnliches. Aber das nur am Rande. Das Star Turnier erhält von mir daher 7 von 10 Gira Punkten. Im Großen und Ganzen ist der zweite Teil des DLCs ungefähr genauso stark oder ein bisschen stärker als der erste. Allein schon wegen der extrem tollen Umgebung. Der Replay Value für Schwert und Schild steigt nochmal ein ganzes Stück an und macht Galar und die 8. Generation damit zu einer der stärksten Generationen überhaupt. Insgesamt ist es ein tolles Game und ich sehe mich noch in Monaten die Dynamax Abenteuer spielen, da ich alle Shinies für Pokémon Home vollständig brauche. Ich hätte es gut gefunden, wenn es noch eine versteckte neue Regionalform oder ein weiteres neues Pokémon gegeben hätte, aber Pokémon Fans sind eben unersättlich. Ich bin aber begeistert, dass Game Freak den Weg der DLCs gegangen ist. Es war an der Zeit. Ich denke, dass die kleinen Macken und Fehler in der nächsten Generation, die ja wahrscheinlich ebenfalls auf der Switch sein wird, behoben werden können. Die Schneelande der Krone erhalten von mir 8 von 10 Gira Punkten und ich bin schon sehr gespannt, was nächstes Jahr zum 25. Jubiläum von Pokémon auf uns wartet. Was hat euch am besten am DLC gefallen und was hat euch gefehlt? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und wenn ihr mehr dieser Videos sehen wollt, dann ist der Abo-Button euer Freund. Es hilft dem Kanal immens und ist dazu noch völlig kostenlos. Wenn ihr keinen Gira-Frag-mich-Video mehr verpassen wollt, klickt auf die kleine Glocke und ihr werdet sofort benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Adios Tragosso.